Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Baby Wee The Warlords of Draenor ist es immer noch nicht, sondern War of the Lich King Wir sind bei Vorlage 8, wir müssen immer noch hier diese komischen Typen hauen für einmal die Ohren Und für noch was, aber ich hab irgendwie noch nicht Das ist es nicht Typ 1 haben Wir finden noch irgendwas Wir müssen einfach die Typen töten, das kann natürlich sein Okay, wir wollen mal ein paar mehr Problem Ich würde mal machen Einmal Kuscheln Dann Das Und dann Und dann Das von Wehrung laufen wird Heile ich bin mit denen aus der ist mein Leben ein bisschen im Wege und der eine schon diesbaut haben wir gesehen Jetzt brauchen wir noch ein Ohr Den müssen wir nachher auch killen Und da oben läuft mir irgendwo, glaube ich, ein Egid rum Sind wir weg Jetzt weiter gucken Ob die noch irgendwo hier rumeiern Ob die schon da sind oder ob wir alle haben Wenn wir so viel wie wir gerade gepolt haben, könnte ich mir fast vorstellen, dass wir alle haben Ja, Mann, okay Das ist nur rote, rote Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir alle haben Piu-piu Piu-piu Drei, zack hier So Natürlich kein Ohr für, oder? Ja, ist klar Jo, ist klar So Zuck alle aus, wenn das Ding groß ist, das Ding, oder? Hau Mit ähhmm Mit ähm Leere Führung und Teilweise ist es nun Typ Ja Okay Die ganze Zeit sind in den Boden so die wille waffen wille erhöht mann zauber nation und gibt es ja so nicht mehr ganz wieder reich komme abgeschlafen das ist ja lustig So, das müssen wir noch machen, dass wir noch die hier rüber freuen. Und dann muss man einfach ein Tier töten, dann ist man ja blutbefleckt oder so. Und damit muss man dann ins Wasser springen, dann ist man nicht mehr blutbefleckt. Und dann kann man die Quest machen, weil dann beißt du so Blutfische an. Okay. Das war ganz schön, ne? 53 Köscher brauchen wir dafür, haben wir nicht, haben... 1... 1, meine ich, haben wir... 2... Da müssen wir nachher, glaub ich, auch noch auf dem komischen Mammut reiten. Da gibt noch einiges hier zu tun, was man schönes machen kann. Das ist lustig, wenn du befreist dir seine Babys, ja? Und dann kommt er so auf dich. Die arme Elefanten-Mabys. Da, auf den müssen wir nachher, glaub ich. Das ist ungedüben. 在 da. Das ist so schön. Das ist ein ruhiger Job für ihn. Also ist so da kriegt er noch alle zwei Level, ich weiß es nicht mehr so, das ist ein Baugeschäft schuwuppdiwupp was war da denn noch? was schwecker da die Schlechtung macht, komm dann gehen wir mal hier die Quest ab und dann gehen wir mal gucken jetzt kann man da immer wieder diese Ohren, glaub ich, abgeben auch Verruf und Szenario so, das Szenario 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 so ist immer auch ohne probleme hinbekommen gerade hier jetzt gucken ich weiß ob die das auch droppen aber ich glaube nicht nachher ist gerade auch noch jemand auch mal gucken was wir noch machen können hier schön ist da können wir wieder einen abgeben ich glaube viele von den expeditionen hat ich glaube dass es nicht alles zusammengefügt ist das ist viel cooler so das müssen wir noch machen ich gehe mal das mal damit wir das nicht verlieren ist das lahm Da müssen wir, glaube ich, hin. Und hier kann jetzt nicht so viel passieren. Was kriegen wir eigentlich da durch? Oh. Ich glaube, immer, wenn wir die Schmierlappen abgeben, die Ohren, kriegen wir quasi Ruf. Ohne diesen Buff. 30 Items. Ich weiß jetzt nicht, dass es prickelt. Aber gut. Besser als nichts. Wassend gibt es Kohle. So. Hat der uns gesagt. Den Mammutvernichter. Der eiert. Da hinten rum. Okay. Was ist das? Das ist das, wovon ich im Sprach hinten, in diesem komischen Lager. Ich meine, zu Anfang war der Elite. Auch wieder Kalor. Meine Aufmerksamkeit ist bei hier und meint. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fakti die genau genau was das ist mit seinem Mammut ich würde sagen wir gucken uns das in den nächsten Mal an dem Tieren wir sehen uns in der letzten Folge das Video gerne und damit bis auf wieder gesehen